Musik So ihr Lieben, 200.000 Abonnenten Vielen 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 Dank Danke! Vielen vielen Dank dafür Für 200.000 Abonnenten Müsst ihr mal da ran Vor 2 Jahren und 3-4 Monaten Ist der Kanal gestartet Wir hätten niemals gedacht, dass wir 200.000 Abonnenten Überhaupt erreichen Und jetzt deswegen, du bist immer noch zu weit weg Du guck mal was ist Wir sagen 200.000 mal Danke Und haben uns natürlich überlegt, was könnten wir jetzt machen Als kleines Special Das wissen die alle auch noch Deswegen zeige ich euch jetzt was Und zwar Weil ganz viele auch immer gefragt haben Wie war das denn früher? Wie war das denn vor eurem Kanal? Da gibt es ein paar Videos Und das nennt sich früher bis heute Und jetzt könnt ihr mal ein paar Videos Ein paar ganz alte Videos Ganz alte Videos Ich sage auch immer dazu welches Jahr das ist Ein paar ganz alte Videos, die gibt es jetzt Also viel Spaß dabei und vielen vielen Dank Auf euretlichen Video-Maus Ganz, ganz süß Vielen, vielen Dank und jetzt viel Spaß bei den Videos Wir kommentieren quasi So Also Steht auf der Kerze Nicht wackeln Ach hält So Die kennen die Videos nämlich auch nicht Und deswegen Fangen wir mal mit dem ersten an Das war Anfang 2020 Das war Anfang 2020 Sei leise Das ist Lulu mit Leon Leon war Ähm Da sag ich Leon war War gerade War gerade Leon war gerade drei Dreieinhalb oder so Und woran da liest du? Ich glaube Also ich glaube Ich glaube Leon war auch so Ja dann muss das drei sein Ist lust Leon war drei und Lulu war noch kein LULU war noch Vier oder fünf Monate alt Klappt ein Ja das ist lustig War das hier im Haus? Das war hier im Haus Das war hier im Haus Ja Schöne Heißwaffe Ja Wie du ihn anputzt Das war das erste Video Das war schon lustig Ja Das war das lustigste Dann haben wir Auhu Das sehen wir jetzt verkehrt Sehe ich gerade Das ist hochkant Bei euch blenden wir das jetzt richtig ein Das war nämlich am Strand Da waren wir im Juni in Dänemark im Urlaub Aber warum lebt das? Hä Leon ist das beim Schnee? Ne das ist kein Schnee Das war der ganze Schaum Und Leon fand das lustig Und wie man hört War es auch sehr windig Da läuft eine Kugel Das heißt Da war Leon auch noch keine vier Jahre alt Da war zwei Monate später bis er erst vier geworden Und Lulu war noch kein Jahr alt War ich da mit? Ja klar warst du da mit Ja klar warst du da mit Da waren wir in Dänemark Ganz in der Nähe von dem Landerpark Wo wir jetzt waren Du musstest es mir so angucken Dann sehe ich sie Ich glaube die anderen sind jetzt natürlich auch so Wieso? Mann Mach doch Am Laptop Äh Dann können wir es dann drehen Das geht an dem Fernseher nicht so gut Da haben wir es auf jeden Fall Video Nummer drei Können wir hier einmal noch aufgucken Ne Ja Video Nummer drei Doch Video Nummer drei Vollbildmodus Das war Einen Tag vor Silvester Weihnachten 2012 Da war Lulu also gerade ein Jahr Und Leon Vier Leider jetzt Die Mütze die du auf hast Die habe übrigens ich geschenkt gekriegt Was kann ich dir aber noch mitsehen? Das sieht lustig aus Mit der großen Mütze Leider Da war sie eins Da war sie Da war sie Das lag ganz gut Ja So einpacken Was war da in der Kasttüte? Da war sie doch jetzt nicht mehr Sechs Jahre her Patsch 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 Auf den Füß Den Tippischern war da auch nicht mehr Bis auf den hier Der war da So Das war der gleiche So dann Mach mal das heller irgendwie So und hier jetzt Das war der gleiche Fernseher Wir sind noch immer los und haben uns Fernseher Kast gekauft Fernseher Alles machen Ohne Mütze 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 Mütze Ohne Mütze Ma mal auf So Hat Mama nicht mitgemacht Aber nicht fertig Jetzt bis zum Ende gucken Lauter Guck mal Noch lauter War ihr zu leise Damals hat es auch schlecht gemacht. Doch, ich wollte immer lauter machen. Ja, so wie heute. Zack, und jetzt ging es wieder weg. Ja, das war das fünfte Video. Zack, da war sie weg. Und das sechste? Das war witzig, wie die ganze Zeit so... lauter, lauter. Wie sie... Das erste Mal, was sie kriegt. Das! Video Nummer 6. Das ist nur mit ihr, oder? Nee, du bist auch irgendwann mal... Da hat sie ihre Küche. Leider! Hört man da was? Und in Lelanden hat sie auch noch den Kittchen. Die Kids jagt sie nicht mehr. Doch. Die Kitty hatte sie. Eben, am 3. September 2013. Also fünf Tage spät. Ja! Dann waren sie auch zwei. Ich egal. Dann war sie auch zwei. Leiste Mensch! Ja, der ist ja. Gerne bei! Ist der schön? Ja. Das war's. Wie noch mehr. Man sieht, Nulu hat schon immer gerne Musik gehört und getanzt, ne? Ja. Ganz schön. Leons Gitarre. Oh, Leons Gitarre wollte sie da haben. Was hatte ich da? Eine Gitarre? Ja. Kleine. Da wollte sie deine Gitarre haben. So, jetzt singt ihr beide. Ich glaube, das war jetzt Januar 2014. Hab ich grad gesehen. Aber auch mit Gitarre. Mit meiner und Luisa. Ja. Hat Luisa die noch? Kann ich die nochmal haben? Ja. Wo ist die? Okay. Entschuldigung. Hey, da ist mein... Da ist der... Da habt ihr euch ein bisschen hingesetzt. Luisa rockt ist jetzt Video Nummer 8. Luisa rockt? Juni 2014. Das war im Urlaub. Damals. Juni 2014. Da rock ich. Da war eine Rockband auf der Bühne, die haben Green Day gespielt. Lauter. Ist doch laut genug. Ja. Und die fanden Lulu gut. Juni 2014. Also da waren sie immer noch zwei. Da waren noch keine drei. Früh angefangen mit Tanzen und Singen. Vielleicht gar nicht so gut. Aber es wäre an der Bühne direkt. Direkt bei uns gesessen. Ne, ich hab ja Lulu wohl bei dir. Kann man sagen. Ich hab das ja gefühlt. Da flippt's aus. Die kleine Rockröhre. So. Und was jetzt? Nummer 9. Ja, jetzt machen wir Nummer... Mini. Was steht da? Das Mini Disco. Das ist im selben Urlaub gewesen. Ist ja da auch zwei. Ja, da bist du bei meiner gleich auch zwei. Ja. Ach, die liebe ich. Ach, die sind immer cool. Ach, die sind immer cool. Sie hat gesagt, hier, zack, hier sind die Bühne frei. Komm her. Dann rast dich aus. Oh, ah, wieder gebraucht. Ne, das war ein Mann. Ja, oder ein Mann. Das ist ja selbe. Mit beides Menschen. Mit beides Menschen. Nein, das ist ja selbe. Ah. Mama, geh auf, geh auf. Wenn Leon nicht will, dann nehme ich Mama. Ach, jetzt sehe ich vorbei. Ah. Hui. ja das war unser kleines video früher versus heute war das lustig habe ich doch gesagt und ihr habt sowas bestimmt auch noch nicht von uns gesehen weil wir erst 2016 angefangen haben ja das als kleines das als kleines special für euch vielen vielen dank für 200.000 abonnenten und ja dann sehen wir uns vielleicht bei 250.000 mit einem neuen früher versus heute gucken wir mal also macht es gut tschüss wenn ihr das video von uns sehen wollt dann klickt auch alle seiten tschüss